Wie ihr alle wisst, das sind downgeseiste Benzinmotoren, bekannt dafür, dass sie mit wenig Hubraum viel Leistung bringen. Das führt allerdings zu sehr hohen Temperaturen im Brennraum und dadurch entstehen Ablagerungen. Und diese Ablagerungen können dann sich durch Nachglühen eben frühzeitig entzünden. Dieses Phänomen nennt sich in der Ingenieurssprache Low Speed Pre-Ignition, kurz LSPI. Das Ganze passiert unter Vollgas mit niedriger Drehzahl und dann macht es Puff und ich habe gebrochene Kolbenstege, habe eventuell verformte Plöes. Und damit genau dieses Thema gar nicht erst entsteht, haben wir von Liqui Moly ein Kraftstoffadditiv entwickelt, den ProLine Direkt Injection Reiniger, welcher einfacher durch Zugabe in den Tank diese Ablagerungen, die die Fehlzüngungen verursachen, entfernt. Dass dieses Thema hochbrisant ist, zeigt allein die Tatsache, dass Opel ein solches Additiv für bestimmte Motoren inzwischen nicht nur empfiehlt, sondern sogar vorschreibt. Nur so erfüllt ihr auch die Vorschrift des Serviceplans. Es betrifft natürlich nicht nur die Opel-Motoren, sondern auch alle anderen downgeseisten Benzinmotoren. Benzinmotoren.